Das war ja mal eine lange Winterpause. War die länger als sonst? Ja, also auf jeden Fall war sie dunkler als sonst. Und ich bin immer noch sehr müde, obwohl jetzt langsam schon so Frühlingssonne kommt und bunte Blumen. Aber trotzdem fühlt man sich ganz schön matt. Das ist immer lustig. Der Podcast startet immer wieder neu, wenn die Sonne da ist. Hat es einen Grund bei uns, dass wir das so machen? Es hat einen symbolischen Charakter. Ja, das ist gut. Wir sind wieder da. Wir sind in der fünften Staffel. In der fünften Staffel. Also eigentlich müssten wir jetzt bald nochmal einen großen Geburtstag feiern. Fünfter Geburtstag. Was kann man denn da schon alles für Spiele machen? Also Topf schlagen sind wir jetzt schon langsam drüber. Aber man könnte schon so, darf man noch sowas wie Räuber und Gendarm spielen? Ist das politisch noch korrekt? Oder muss man das jetzt irgendwie, oder darf man es einfach nur Fährten legen? Oder Geo, wie heißt das? Geocaching. Geocaching. Genau. Man nennt es Geocaching heutzutage. In Neudeutsch. Um da auch keine Fehler zu machen. Nee, genau. Wir sind wieder da mit neun spannenden Folgen. Und das ist jetzt die Nullfolge, die wir jetzt gerade aufzeichnen für die neue Staffel. Das heißt, wir wollen euch hier so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, die wir jetzt gemeinsam starten in diesem Jahr wieder. Mit neun Folgen, mit neuen Themen, mit neuen Gästen. Und vielleicht so ein bisschen erzählen, was denn so in dieser Staffel auf euch zukommt. Für alle, die es nicht wissen, Staffelstart 17.3. Vielleicht seid ihr sogar schon über dieses Datum. Wenn nicht, dann könnt ihr noch voller Vorfreude auf den 17. März schauen. Da fängt nämlich die fünfte Staffel an. Natürlich die Nullfolge ein bisschen vorweg geboostert. Boostern ist auch so ein Wort, was jetzt für alles genutzt wird. Auf jeden Fall wird die Nullfolge natürlich vorher ausgestrahlt. Und wir erscheinen alle zwei Wochen. Auch immer noch. Immer noch. Immer noch. Genau. Also du hast schon die wichtigsten Daten gesagt. 17.3. geht's los. Und Sanne, vielleicht können wir da kurz einen Einblick geben in die Themen, die auf uns zukommen. Natürlich ein buntes Potpourri von Themen, die Filmschaffende interessieren. Wir haben ein bisschen links und rechts geschaut, was denn überhaupt gerade in der Szene passiert, was so wichtig ist. Und natürlich auch, was es vielleicht auch für Berufe gibt, die noch nicht so viel Bekanntheit haben. Also wir sprechen zum Beispiel mit der Intimitätskoordinatorin Julia Effertz, die ist bei uns zu Gast. Und wir werden auch den Dokumentarfilm noch weiter in den Fokus rücken und haben dazu einige Gäste eingeladen. Und wir stellen uns der Frage, ob es denn eigentlich immer die Regie sein muss. Also wenn wir an Filmberufe denken, ist der Wunsch immer ins Schauspiel zu gehen oder die Regie zu übernehmen. Aber es gibt da ja durchaus auch noch andere Berufe beside directing. Das stimmt. Und wir nehmen das sogar auf, das Thema, und gehen auch über den branchenthematischen Fachkräftemangel, der meiner Meinung nach auch wichtig ist für uns Filmschaffende, darüber nachzudenken, um auch zu schauen, wen wir denn bei unseren Filmen, die wir in Zukunft machen werden, überhaupt mit an Bord holen können. Zusätzlich finde ich auch, das Thema Animationsfilm kommt oft noch zu kurz. Und das würden wir dieses Mal auch mit aufgreifen wollen. Und natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Filmmusikkomposition wird auch ein Thema sein, was wir uns in dieser Staffel anschauen wollen. Genau, also nämlich die Anna Kühlein, die ist bei uns zu Gast als Filmkomponistin und spricht aus ihrer Erfahrung und was sie schon alles für wirklich auch große Projekte begleitet hat, aber auch, nicht aber auch, und Dokumentarfilme, also wirklich Filmserien, Musik verleiht hat, die fiktional aufgebaut sind, aber eben auch dokumentarisch. Und das fand ich total spannend, weil das natürlich auch andere Herangehensweisen sind, dachte ich zumindest. Und was sie dazu zu erzählen hat, könnt ihr natürlich dann auch in der Folge hören. Was verändert sich denn übergreifend bei dem Podcast? Das wäre, glaube ich, jetzt ein spannender Moment, das auch nochmal anzukündigen. Denn wie viele von euch wissen, sind wir ja auch bei Steady. Steady ist eine Plattform, mit der ihr uns unterstützen könnt und uns ein Dankeschön dalassen könnt. Und da haben wir natürlich jetzt auch noch was Spezielles mit eingebaut, um auch die Unterstützer noch mehr zu geben. Bei Steady könnt ihr ein Abo abschließen, um uns regelmäßig zu unterstützen. Und bekommt da dann auch noch ein Goodie von uns, nämlich die, die uns unterstützen, bekommen einen kleinen Extra-Content. Wie sieht denn dieser Extra-Content aus? Genau, auf Steady hat man nämlich jetzt die Möglichkeit, sich den Director's Cut anzuhören. Für die jetzige Staffel haben wir nämlich bei den Folgen häufig Sachen, die schaffen es nicht, in die regulären Folgen. Und den Platz räumen wir jetzt auf Steady dafür ein, bedeutet, ihr könnt euch mit einem Abo bei Steady einmal uns unterstützen und bekommt dann immer noch so einen kleinen Appetizer zusätzlich, was es an Informationen in der Folge gibt. Nämlich unsere Gäste sprechen auch darüber, was sie Filmschaffenden vielleicht für Tipps oder Ideen mitgeben oder was sie selbst an Erfahrung gesammelt haben für ganz konkrete auch Handlungsanweisungen oder Optionen, die ihr mitnutzen könnt. Und das könnt ihr euch bei Steady anhören, wenn ihr uns unterstützt mit einem kleinen Abo. Dann wäre natürlich die Frage, wo findet man uns denn bei Steady? Die Seite heißt steadyhq.com slash IndieFilm Talk. Da findet ihr alle weiteren Informationen dazu und könnt da genau entscheiden, ob ihr uns 2 Euro, 5 Euro oder auch 10 Euro als Dankeschön da lassen wollt. Zusätzlich solltet ihr auf jeden Fall in diesem Jahr die IndieFilm Talk-Seite einen Besuch abstatten. Auch da haben wir einiges noch umgebaut für die neue Staffel. Was haben wir denn alles so gemacht? Vielleicht kannst du mal kurz auf die Kategorien eingehen, wo neue dazugekommen sind, oder? Also auf jeden Fall drei neue Sachen erwarten euch. Das eine ist, es wird noch eine weitere neue Kategorie geben. Also für die Leute, die noch nicht auf unserer Seite waren. Dort findet ihr alle Folgen von Anfang an, seit es den Podcast gibt. Also fünf Jahre oder vier Jahre und jetzt die kommende fünfte Staffel geballte Ladung IndieFilm Talk. Und ihr habt die Möglichkeit, das Suchfenster zu nutzen. Also wenn ihr einen bestimmten Regisseur sucht oder eine bestimmte Person aus dem Filmbereich, wo ihr wisst, die waren schon mal beim IndieFilm Talk, vielleicht eine Drehbuchautorin oder so. Dann könnt ihr dieses Suchwort, den Namen oder was auch immer euch gerade interessiert, eingeben und bekommt direkt eine Folge ausgespuckt zu dem Thema. Und ihr habt auch die Möglichkeit, nach Kategorien zu suchen. Also vielleicht nach der Kategorie der verschiedenen Departments, Kamera, Schauspiel, Regie, Drehbuch. Und was es jetzt noch dazugeben wird, ist beispielsweise Teamarbeit. Denn wir haben ja den Fokus sehr stark darauf gesetzt, dass wir merken, immer mehr Filmschaffende arbeiten wirklich auf Augenhöhe zusammen. Doppelspitzen in den jeweiligen Departments arbeiten kollaborativ zusammen. Und das haben wir natürlich auch in unseren Podcast-Folgen demnach besprochen. Und diese Kategorie Teamarbeit findet ihr auch auf unserer Seite und dazu die jeweiligen Folgen, die genau mit diesem Thema zu tun haben. Außerdem gibt es ein bisschen mehr Content im Bereich der Filmwissenschaft. Genau, also wir arbeiten in diesem Jahr mit Filmstudies Bling Bling zusammen. Das ist ein Podcast-Format von der Anna-Luise Kiss. Das ist theoretisch sogar eine etwas größere Ankündigung, weil die Folgen, die es damals gab, die Filmstudies Bling Bling Folgen, das sind insgesamt 18, die werden bei uns gelauncht. Das heißt, ihr könnt noch viel tiefer in das Thema Filmwissenschaft eintauchen und über verschiedene Themen, die in der Filmwissenschaft gerade besprochen werden, Informationen bekommen. Es geht uns ja auch immer darum, dass Wissenschaft und die Praxis näher zusammenrücken. Und das nicht nur, indem wir das so erzählen, sondern eben auch tatsächlich bei uns im Podcast, ein filmwissenschaftlicher Podcast, an einen Podcast ranrückt, der praktischen Blick auf die Szene bietet. Und deswegen ganz konkret ist Filmstudies Bling Bling jetzt bei uns und darf hier gehört, geteilt, geliked und diskutiert werden. Und ich freue mich total, dass Anna da mit uns diesen Weg eingeschlagen ist und dass dadurch auch nochmal Sichtbarkeit bekommt. Ganz genau. Die Folgen erscheinen ab dem 19.05. dementsprechend auch über alle Kanäle. Das heißt, ihr könnt auch über Spotify und über Apple Podcast auf diese Folgen zugreifen. Aber da ist natürlich unsere Webseite ganz spannend, weil, wie Susanne schon gerade so schön gesagt hat, kann man da diese Suche anschmeißen und dann direkt nach diesen Folgen suchen. Lass uns nochmal kurz rübergehen zu dem Thema, was denn sonst noch außerhalb des Podcasts in diesem Jahr vielleicht noch passiert. Da können wir noch nicht so genau vielleicht eingehen, aber wir können ja schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Die hat geteast und dann nichts gesagt. Wir haben ganz viel vor dieses Jahr, aber wir können noch gar nicht so viel Konkretes sagen. Also ja, also es sind tatsächlich einige Events stehen an, sind in der Vorbereitung, sind in der Mache. Und deswegen können wir euch nur echt so anteasen und sagen, da kommt noch einiges. Und gleichzeitig euch einfach darauf verweisen, folgt uns auf unseren Kanälen, um up-to-date zu sein und auch mitzukriegen, wenn irgendwo eine Veranstaltung ansteht oder ein Seminar, wo ihr vielleicht Lust habt, daran teilzunehmen. Oder eine Podiumsdiskussion, wo einer von uns beiden Nasen irgendwie vertreten ist. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf LinkedIn. Auch da sind wir unterwegs. Oder noch besser, schreibt doch einfach euch in unseren Newsletter ein. Auf dem landet ihr, wenn ihr auf unserer Webseite seid, blinkt da meistens so ein Fensterchen hoch, ob ihr beim Newsletter mit dabei sein wollt. Und wenn dieses Fensterchen nicht erscheint, könnt ihr einfach, ich glaube ganz unten findet man einmal die Möglichkeit, sich für den Newsletter einzutragen. Oder ganz oben links Newsletter Indie Film Talk Update. Da haben wir ja fast alles irgendwie mit abgedeckt jetzt gerade, oder? Gibt es noch mehr, was wir noch zu erzählen haben für die neue Staffel? Worauf freust du dich denn besonders bei dieser neuen Staffel? Also ich freue mich total auf die jeweiligen, klar, Folgen, wo ich jetzt gerade ganz frisch irgendwie meine Nase drin hatte. Und freue mich auch, bin gespannt, wie das auch ankommt in der Community, was da zurückkommt. Und freue mich einfach auf den Start. Also man merkt, es ist ja auch irgendwie so eine Freude. Es geht wieder was los. Man kann wieder was raussenden. Auch wenn man jetzt in der Winterpause von uns nicht so viel mitgekriegt hat, haben wir natürlich im Hintergrund ganz viel gerödelt, gemacht, erneuert, optimiert. Man muss ja auch immer noch sagen, wir sind schon auch eher so zu zweit bei dem Ganzen unterwegs. Und für die, die das vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, versuchen wir die jeweiligen Kanäle, ob das Instagram oder Facebook oder was auch immer ist, oder die Webseite, die neu aufgelegt werden muss, dass wir genau das zu zweit wuppen. Und dass das auch echt irgendwie toll ist, was da draußen ankommt und dass viele auch denken, wir sind, glaube ich, ein sehr, sehr großes Team. Ja, das stimmt. Was auch ein Kompliment ist natürlich. Was auch ein Kompliment ist. Nee, das freut uns natürlich. Ist ja genau das, was wir vorher schon angesprochen haben. Deswegen freuen wir uns da natürlich auch über jede Unterstützung. Wenn ihr da sagt, es kann, wie du sagst, so eine Steady Unterstützung sein. Es kann ein Dankeschön per Paypal sein. Aber es kann natürlich auch der Austausch sein, dass ihr gerne schreibt, gerne kommentiert, wenn wir was bei Instagram oder Facebook schreiben. Damit wir einfach sehen, ob die Folge passt, ob ihr die gut findet, ob wir da vielleicht was anpassen können oder einfach das Thema so interessant ist. Und wir da vielleicht sogar noch mehr zu diesem Thema machen sollten. Deswegen, da sind wir immer froh über jeden Austausch. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse dazu, comment at indiefilmtalk.de. Die könnt ihr immer gerne benutzen. Für alle Sorgen. Genau, für alle Sorgen, die ihr habt. Wenn ihr gerade beim Dreh seid und denkt, wieso funktioniert das nicht richtig, schreibt uns. Oder eben alles, was euch dazu einfällt, gerne in comment at indiefilmtalk.de. Wir freuen uns darüber und gehen da sehr, sehr gerne mit euch auch in den Austausch. Jetzt habe ich gerade gesagt, auf welchen Social-Media-Kanälen wir unterwegs sind und habe gar nicht gesagt, wie die heißen. Also die heißen natürlich Indiefilmtalk. Egal, wo ihr hingeht, Facebook ist at indiefilmtalk. Instagram ist indiefilmtalk. LinkedIn ist, you name it, indiefilmtalk. Ihr findet uns immer unter indiefilmtalk mit IE geschrieben. Ich habe auch, das finde ich irgendwie ganz lustig, ich habe mich letztens gefragt, manche sagen auch, ah, vom Indie-Talk-Podcast. Und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich habe letztens gedacht, bei unserem Logo ist das Film so eingerahmt, ein bisschen kleiner. Und dann dachte ich, ah, vielleicht kommt das daher, dass ich Indie-Talk sagen. Aber es ist tatsächlich Indie-Film-Talk. Das stimmt, das stimmt. Ihr könnt ja auch da in die Comments schreiben, ob ihr das auch so seht wie Susanne. Und dann können wir da auf jeden Fall auch mal überlegen, ob man ein Redesign auch mal anstoßen soll in der sechsten Stachel zum Beispiel. Wir sind nur ein Klick weit weg. Ja, das stimmt. Also egal, auf welcher Plattform ihr uns anschreibt, das sind tatsächlich immer Eugene oder ich, die da schreiben, die da kommentieren und die euch antworten. Auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Wir haben euch nicht vergessen, sondern wir brauchen dann manchmal vielleicht doch ein bisschen länger. Dann kommt natürlich die Frage, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt in der ganzen Folge, wo kann man den Podcast denn hören? Den Podcast kann man hören bei Apple Podcast, den kann man bei Spotify hören, bei Deezer hören. Und viele, also eigentlich alle Podcast-Programme, die es gibt auf dieser Welt, findet man den Indie-Film-Talk-Podcast. Das heißt, da gerne reingehen, auch hier nochmal ein kleiner Aufruf, gerne auf Abonnieren klicken. Es gibt jetzt sogar bei Spotify die Möglichkeit, nochmal so naht zu bewerten, Sternchen zu vergeben. Ihr könnt uns Sterne schenken. Genau, deswegen da ganz frei gerne auch Sterne vergeben mit eurer Meinung, wie ihr den Podcast findet. Am besten vier Sterne oder fünf Sterne. Was ist das Maximale? Fünf Sterne? Fünf. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Gerne Fünf Sterne und genau, da gerne auch nochmal uns da folgen, weil das hilft uns auf jeden Fall extrem, dass wir da diesen Podcast, so wie wir den machen, weiter umsetzen können. Also auch wenn ihr halt sagt, jetzt noch irgendwie so ein Abo abschließen und ganz viel Geld zahlen und dann vergesse ich das und dann, ihr könnt uns auch anders unterstützen. Tatsächlich dadurch, dass ihr uns auf den Kanälen folgt, das schafft für uns mehr Sichtbarkeit und andere Leute werden auf uns aufmerksam und mehr Klicks. Auch das ist total die Bereicherung für uns. Deswegen folgt uns und wenn ihr auf diese ganzen Podcast-Apps auch keinen Bock habt, kein Problem, wir haben immer noch die Webseite, auf der könnt ihr euch auch ganz gemütlich alle Folgen anhören. Richtig. Perfekt. Ich glaube, it's a wrap. Dementsprechend würde ich sagen, wir geben eigentlich ab in die erste Folge, oder? In die erste Folge der fünften Staffel und wir wünschen euch ganz viel Vergnügen, ganz viel Spaß, einen Anstoß, um über Dinge weiter nachzudenken, die hinauszutragen, zu teilen oder an uns zurückzugeben und zu fragen, wieso habt ihr denn noch nicht darüber oder darüber berichtet oder können wir darüber nochmal näher sprechen. Demnach ganz viel Spaß bei der neuen Staffel. Viel Spaß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020